So, wunderschönen guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video zu Bitcoin und Ethereum hier auf meinem Kanal. Und wir legen natürlich sofort los mit der systemischen Kryptanalyse. Bitcoin 15 Minuten Timeframe, was hat der Markt gestern gemacht? Wir hatten ja gestern hier ein Update Video, habe ich ja gesagt, oder wir waren live dabei, als meine Shorts hier getrügert wurden. Ich habe euch gesagt, Trade Management werde ich so handhaben, dass ich schaue, wie der Markt hochgeht. Ja, er kam doch recht aggressiv hoch. Ich habe meinen Stop Loss dann genau 1% über dem 78,6er gelegt. Ja, das 78,6er lag bei 26.626 US-Dollar, 1% drüber. Stop Loss war bei 26.889 US-Dollar. Stop Loss wurde noch nicht ausgelöst, ihr seht es hier ganz knapp. Deswegen sind wir auf so Timeframes. Ist ein gutes Stop Loss Level 1% über dem 78,6er. Wenn das gebrochen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt in die andere Richtung läuft. Deswegen, so als kleiner Anhaltspunkt für euch. 1% über dem 78,6er ist in der Regel ein ziemlich gutes Risikoverhältnis. Also, wie gesagt, ich bin hier noch im Short drin. In meinem Hedge Short, ja, das ist eine kleine Short Position. Meine Long Position ist deutlich größer, wo ich hier unten in dem Bereich hier eröffnet habe. Bis jetzt stand jetzt, wenn wir uns das hier auf dem Stunden-Timefilm angucken, hat der Markt genau das 78,6er respektiert. Er ist hier sogar kurz über das 88,2er hochgewickt. Ja, aber er hat hier, seht ihr, die Kerzenkörper, diese zwei, die haben hier genau beim 78,6er Halt gemacht. Und seitdem haben wir auch eine kleine Reaktion nach unten gesehen. Wie ich das jetzt bewerte, ist, es ist etwas schwierig, weil wir bei Bitcoin, wenn wir uns das hier anschauen, ja, wir haben hier im Vergleich zu diesem Level, ja, dieses Short Level, ist hier, haben wir ja hier eine etwas größere bullische Struktur, einen größeren bullischen Trendwendebereich, ja. Hier hat, der Bereich ist einfach, äh, größer, weil sich der Markt hier drüber und innen drin länger akkumuliert hat, als jetzt in dieser kurzen, bearischen, ja. Ihr seht es ja hier, wir sind ja nur kurz reingekommen. Ähm, hat diese Short, oder halt dieser bearische Trendwendebereich hat natürlich weniger Relevanz als das Bullische. Und wenn wir uns angucken, was der Markt aus dem Bullischen gemacht hat, da sehen wir hier, ziehen wir unser FIP von diesem Low bis zum nächsten High. Und der Markt hat hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, vom 38,2er reagiert, er ist kurz drunter und hat dann vom 38,2er nach oben reagiert. Das heißt, es ist eine verfrühte Reaktion der Bullen, ja, weil die Bewegung kam aus einem bullischen Trendwendebereich. Man könnte es als verfrühte bullische Reaktion sehen, also dass der Markt bullischer ist auf diesem Timeframe. Und wenn wir uns, wenn wir uns das jetzt anschauen, würde uns das hier, gucken wir mal an, mit dieser verfrühten bullischen Reaktion, würde uns der Markt diese Struktur hier oben hinbringen, auf die 27.500 US-Dollar bis runter zu 27.200 US-Dollar ungefähr. Ich werde hier auch in diesem Bereich, sollte der Markt jetzt so hoch gehen, werde ich einen Teil meiner Long-Position schließen, ja, nicht komplett. Ich werde ungefähr 50% schließen, ungefähr, weiß ich noch nicht genau, aber ich müsste das mal angucken. So, und was wir jetzt hier auch noch sehen ist, der Markt hat hier mit diesem aggressiven Kauf, mit dieser großen oder aggressiven Aufwärtsbewegung, hat der Markt hier auch das 100er Extensionslevel angeschnitten, ja. Wir sind auch hier noch kurz drüber gewickt, ich nehme das hier mal raus, das stört nur. Wir sind hier übers 100er Extensionslevel drüber gewickt, aber rein theoretisch wäre das jetzt eine weitere Bestätigung, dass der Markt tatsächlich hier hoch laufen könnte, ja. Ob er es machen wird, weiß ich nicht. Es wäre wahrscheinlicher gewesen, hätte er hier drüber geschlossen eine Kerze, eine Stundenkerze, über dem 100er Extensionslevel hat er nicht gemacht. Deswegen, wir sind hier immer noch im Bearischen, deswegen habe ich eine Short-Hedge zu meiner Long-Position eröffnet, weil es nach wie vor sein kann, ja, bei Bitcoin ist es halt, habe ich schon in einem der letzten Update-Videos gesagt, Bitcoin hat sehr schwierige Strukturen in solchen korrektiven Bewegungen, und die auf dem Micro-Account zu tracken und zu traden ist sehr, sehr schwierig, ja. Deswegen hedge ich das gerne ab und zu mal, nicht immer, aber wenn es der Markt mir hergibt, dann mache ich das. So, und wenn wir jetzt hier angucken, hätten wir ja hier diese bestätigte Sequenz mit dem Bruch des 100er Extensionslevel, mit dem Bruch von diesem High, und wir sehen hier, der Markt hat hier auch exakt aus einem internen BC-Correktur-Level rausreagiert. So, dieses Level könnte bis zum 78,6 runtergehen. Also, dieses BC-Correktur-Level, das geht von 26.304 US-Dollar bis runter zu 26.014 US-Dollar. Der Markt hat hier am 55,9 schon einmal reagiert, ja, respektive hat das 50er-Level hier respektiert. Das spricht auch wieder dafür, dass wir hier etwas höher gehen, und deswegen habe ich meine Short-Hedge, mein Stop-Loss so knapp, relativ knapp gesetzt, 1% über 78,6, weil die Wahrscheinlichkeit halt doch steigt, dass wir hier hochgehen, dann kassiere ich lieber einen kleineren Stop-Loss, als dass ich hier oben meinen Stop-Loss hinlege, wie ich es eigentlich vorhatte, bei 27.000 US-Dollar knapp, oder 27.1, ja, wäre normalerweise logisch gewesen, aber mit diesem Aufbau hier ist es mir zu gefährlich, ja, ich sage nicht, dass der Markt das macht, aber es ist mir zu gefährlich, deswegen ziehe ich mein Stop-Loss knapp, ja, und probiere eventuell hier oben nochmal einen Short, ja, aber das muss ich dann auch gucken, wie sich der Markt entwickelt. So, dann zeichnen wir uns das hier auch noch ein. So, hätten wir das Ganze jetzt, also es ist schwierig, ja, wir sind jetzt hier in einem Bern-Level gefangen, ja, in einem belgischen Trend-Wende-Bereich, wodurch aber auch gleichzeitig wieder eine bullische Sequenz, eine bestätigte Sequenz nach oben führt, also schwierig zu traden, wie immer, Bitcoin in diesen Phasen, wie gesagt, sehr, sehr schwierig zu traden, empfehle ich auch absolut keinen, der nicht Ahnung hat, was er da veranstaltet, ja, also, wie gesagt, ich bin hier noch im Long drin, meine Short-Position, ähm, die werde ich aber, den Stop-Loss, tatsächlich hier runterziehen, knapp über dieses High hier, weil sollten wir hier nochmal hochgehen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir, das hier zu Ende spielen, diese weiße interne Sequenz, und da müssen wir gucken, was der Markt hier oben macht, Problem ist auch, was ich auch, ähm, festgestellt habe, wenn man sich jetzt den Binance-Chart anguckt, ja, den Futures-Chart, da sind wir nicht so stark runtergewirkt, deswegen, es kann sein, dass hier dieses BC-Korrektur-Level, ja, wenn man sich das auf einem anderen Chart anschaut, dass das weiter oben liegt und wie auch, wenn der Markt jetzt hier auf dem Bit-Git-Chart etwas höher gehen sollte, wir auf anderen Börsen, dieses große BC-Korrektur-Level gar nicht anlaufen und somit der Markt eventuell doch nicht so stark dampen würde, ja, wie ich es vermute, falls der Markt so weit hoch geht, ähm, sondern einfach nur dann hier etwas höher geht und dann trotzdem nach unten reagiert, müsste man sich das echt mal anschauen, auf dem anderen Chart, aber ich bin Bit-Git-Trader und deswegen analysiere ich nur den Bit-Git-Chart, eins, was ich machen kann, ist mein Risiko minimieren und deswegen, ja, also, das könnte sich ausgehen, diese weiße Sequenz, ja, relativ guter Impuls nach oben, wenn man sich das hier auch so anschaut, ist nach Aliens-Wave, ja, das könnte sich hier auch, ähm, um eine fünfteilige Aufwärtsstruktur handeln, dass wir jetzt hier in der vierten Welle sind, aber dafür wäre mir jetzt hier zum Beispiel diese dritte Welle, ja, wenn man das als dritte Welle bezeichnen will, wäre mir zu kurz geraten, also da ist, stimmt's auch eher, dass wir vielleicht nicht höher gehen, ja, weil diese Welle, Welle 1 hier, ja, die ist fast so groß wie die Welle 3 oder die Welle 3 ist so groß wie die Welle 1, je nachdem, wie man es sehen will, ja, wenn wir uns das hier einzeichnen, ihr seht's hier, also, die sind, stand jetzt gleich lang, ja, ziemlich identisch lang, könnte schwierig werden, normalerweise sollte hier die Welle 3 deutlich höher sein als die Welle 1, ja, vielleicht hier in diesem Bereich kommen, auf die 27.000 US-Dollar, und dann erst die Welle 4, also, wenn man jetzt rein nach Elliott Wave gehen würde, ich bin SK-Trader, aber, ja, wie gesagt, das Szenario ist möglich, ich habe mein Risiko minimiert in meinem Short, mein Long steht nach wie vor, mein Long werde ich auch hier schließen, sollte der Markt hier zurückkommen und unter dieses Low fallen, unter die 25.800 US-Dollar, werde ich mein Long schließen, weil dann gehe ich davon aus, dass wir hier tiefer gehen und dann werde ich wieder mein Long hier rein skalieren, ab diesem Bereich, ja, ab den 25.166 US-Dollar bis runter zu den 23.600 US-Dollar, werde ich wieder Long Positionen staffeln, sollten wir überhaupt so tief gehen. Wie gesagt, es ist auch die Möglichkeit, dass wir hier den Boden gesehen haben und dass der Markt jetzt von hier aus nach oben geht, ja, ich erwarte keine Rakete to the Moon, ja, wie es andere vielleicht schon sagen, aber dass wir uns hier stetig aufbauen und dann mit den nächsten großen News dann die Rakete kommt, schauen wir mal, wie sich das ausspielt. Bei Ethereum, ähnliches Spiel, auch bei Ethereum, da muss ich das 78.166 nach oben ziehen, ein bisschen, dass ihr das auch visualisiert seht, und wir hatten auch bei Ethereum hier diesen starken Aufwärts-Move, also relativ stark, ja, wenn wir uns auf den 15.155 angucken, ist er relativ stark, aber auch hier das gleiche Spiel wie bei Bitcoin, er ist hochgerannt und hat hier erstmal das 78.166, respektiert, ja, selbst auf den 15.155, oder gucken wir uns auch auf den Stunden-Time-Frame an, genau wie bei Bitcoin, ihr seht's hier, WIG drüber, runter, zack, exakt, respektiert, die Kerzenkörper sind genau am 78.166, ich sag, diese Levels, die sind nicht umsonst da, die haben schon ihre Bewandtnis, und warum ich sie euch immer einzeichne, sogar das 78.166, weil auf so kurzen Timeframes spielt das 78.166 doch eine größere Rolle, gerade bei Crypto, Forex und so, Aktienrohstoffe nicht so wirklich, aber bei Crypto spielt das eine große Rolle, also gucken wir uns auch Ethereum an, er hat hier auch erstmal, wie gesagt, reagiert, aber Ethereum ist hier zwar impulsiv hochgegangen, aber er hat keine impulsive Struktur aufgebaut, ja, ich hab's ja schon oft versucht euch zu erklären, eine impulsive Bewegung ist etwas anderes, wie eine impulsive Struktur, ja oder ein impulsiver Aufbau, je nachdem wie man es nennen will, ja, eine impulsive Bewegung kann das hier sein, ja, eine Bewegung ohne Strukturen, das heißt einfach, eine einzelne Bewegung, die nach oben geht, ja, so, das ist eine impulsive Bewegung, ja, das heißt, wir können auch hier einfach nach oben hochgerannt sein, um in das bearische Level reinzulaufen, ja, manche würden es als Fake Move bezeichnen, ich, wenn man das SK System lernt und den Markt versteht, weiß man, dass der Markt solche Bewegungen auch oft macht, ja, um Stärke vorzugaukeln, aber im Endeffekt rennt er da nur hier hoch, um in dieses, ähm, ja, bearische Level reinzulaufen, wie gesagt, wir haben hier keine Struktur, wir haben hier keine Ziellevel für Ethereum, nichts, absolut nichts, das ist einfach nur eine einzelne Bewegung nach oben und das spricht auch entweder dafür, dass wir jetzt hier eine kleine Rückbewegung sehen und die würde uns genau hinbringen, Halt mir hier etwas Abstand, dieser Bereich müssen wir jetzt hier bei Ethereum berücksichtigen, gucken, was er hier macht, mal ich jetzt euch weiß ein, also der Bereich von 1640 US Dollar bis runter zu 1619 US Dollar sollten wir hier beobachten bei Ethereum, sollte er hier zurückkommen und hier raus reagieren, ja, so, so was in der Art machen, ja, dann kann es sein, dass wir auch bei Ethereum hier den Boden gesehen haben, aber wie gesagt, das hier könnte jetzt, wenn man nach Elliot Wave geht, ähm, eine übergeordnete oder eine interne 1 sein, ja, wir haben hier diese Highs rausgenommen mit dem Move von gestern, was auch wichtig war, weil, ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wenn ein neues Low zu einem neuen High führt, ja, im Vergleich zu diesem hier, ja, dieses Low hat zu diesen Highs geführt, dieses Low hat jetzt ein Higher High gemacht, ähm, könnte es auch sein bei Ethereum, dass es sich bullish ausspielt, aber ich will das jetzt, wenigstens mal hier diesen kleinen Rücksetzer macht, ja, in diesem Bereich, und dann gucken wir, wie er sich hier verhält, bei Bitcoin ist es ein ähnliches Spiel, auch hier diese Lows haben zu diesen Highs geführt, und jetzt, dieses neue Low Low hat zu einem Higher High geführt, ja, im Vergleich zu diesem hier, ja, zu dieser Range, neues Low generiert neues High, ja, das sage ich ja immer wieder, darauf müssen wir achten, und sollte Bitcoin jetzt hier raus reagieren, wie gesagt, es ist möglich, dass wir hier hochgehen, die Sequenz finishen, sollte Bitcoin das nicht machen, dann gehe ich nach wie vor davon aus, dass wir eventuell schon von hier aus, den Abverkauf sehen, genauso wie bei Ethereum, ja, wenn wir hier runter gehen, erwarte ich dann auch bei Ethereum, dass wir hier neue Lows sehen, aber da wird sich jetzt alles zeigen, ich weiß nicht, ob euch das stört hier, ich nehme das mal raus, das ist etwas unübersichtlich, die ganzen Linien hier, so, dann gucken wir mal bei Ethereum, wo uns das hinführen würde, was wir jetzt hier veranstaltet haben, mit diesem High, ja, wenn wir jetzt das Berische, äh, weiterhin betrachten, da würden wir hier, C-Level bei Ethereum, sollte der Markt dieses Berische respektieren, sieht es dann bei Ethereum schon wieder etwas an, das aus, mit dem anderen Berische, was wir hier aufgebaut haben, habe ich ja gesagt, wir hatten wir hier wahrscheinlich kein neues Low generieren, und jetzt mit dem, was wir hier bauen würden, ja, falls dieses High, äh, bestehen bleiben würde, hätten wir hier C-Level von den Berischen, genau exakt, unter dem letzten Low, und somit auch hier bei Ethereum, würden wir ein neues Low generieren, ja, ihr seht es hier, aber dafür muss das Level von 1577 US-Dollar fallen, also wir sollten von hier aus nach unten reagieren, und zwar scharf nach unten, also ich erwarte den nächsten Move jetzt nicht, dass wir hier, ähm, jetzt direkt runter krachen, ja, den nächsten Move, meine ich, wenn der Markt einen, neuen, Impuls nach unten bekommt, sollte der neue Impuls nach unten, deutlich hier drunter gehen, ja, am besten hier in diesem Bereich von mir aus, oder gucken wir, wo das 100er Extensions Level liegt, 100er Level liegt bei 1561, genau wie ich es gesagt habe, hier drunter, deutlich drunter hier, am besten von mir aus, die 1540 US-Dollar sollten rausgenommen werden, ja, dieser Bereich sollte rausgenommen werden, und dann ist wahrscheinlicher, dass wir hier runter gehen, noch hält dieses Berrische Szenario, aber wie gesagt, auch bei Ethereum ist es möglich, dass wir hier hoch gehen, aber wie gesagt, dafür erwarte ich jetzt mal eine kleine Korrektur hier rein, und dann wenn der Markt hier drunter rauscht, dann spielt sich das Berrische wahrscheinlich aus, sollten wir uns hier akkumulieren, und hier positiv nach oben reagieren, dann kann es sein, dass wir bei Ethereum, genau wie bei Bitcoin, den Boden gesehen haben, wir sind auf alle Szenarien vorbereitet, hoffe ich, und ich würde sagen, das war es mit dem Update Video, ja, wieder etwas ausführlich, aber in solchen Marktphasen, lieber etwas ausführlich, als dass ich jetzt euch nur diese Levels kurz durchgebe, ich will auch, dass ihr meinen Gedankengang dahinter versteht, warum ich das mache, vielleicht kriegt ihr dadurch Mehrwert, und habt irgendwann mal auch, diesen Blick für den Chart, so wie ich das habe, ja, immer mal, macht es bei jedem Klick, hoffe ich mal, und ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Update Video, ihr seid hoffentlich, richtig gut abgedatet, und wir sehen uns heute Mittag, zum Solana Update, auch sehr interessant, Solana, ist ja einer der beliebtesten Coins, bei der Community, und ich würde sagen, das war es dann, mit dem Update Video, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, genießt das Wetter, genießt die Zeit, und wir sehen uns, heute Mittag, zum nächsten Update Video, euer Joe, macht es gut, ciao, ciao Leute,